entscheidender Elfmeter. Ciope muss ihn halten. Der Trainer kann gar nicht hinschauen. Danilo! Danilo! Ciope ist weiter! Der Außenseiter Ciope Coenze hat es ins Finale der Südamerikanischen Meisterschaft 2016 geschafft. Das Team Chape Coenze fliegt heute nach Kolumbien und hofft auf ein märchenhaftes Ende einer großartigen Saison. An Bord war der brasilianische Fußballverein Chape Coenze. 71 Personen sind ums Leben gekommen. Sie haben uns in der Nacht geöffnet. Dann habe ich gesehen, dass es überwirkend waren. Ich habe wieder zu respirieren. Es war ein Luch. Ich habe viele Freunde verloren. Aber wir gehen weiter, honrando die, die heute mit Gott leben wollen. Wir sind in der ersten Zeit, dass wir hier in der ersten Zeit nicht mehr machen. Das brasilianische Team Chapecoense fliegt nach Kolumbien, um das Finale anzutreten, das ihre Teamkollegen letztes Jahr erkämpft haben. Das ist mehr als nur ein Spiel. Das ist die Wiederauferstehung eines Vereins und einer ganzen Stadt.